Heute teste ich für euch eine weitere Neuheit aus dem Jahr 2016 und zwar von Geicher, die Leaping Lions. Ist eine Fächerbatterie mit einem Kaliber von 25 mm. Läuft ca. 25 Sekunden. So soll es nachher aussehen, was vollkommener Blödsinn ist. Aber naja, 53 Gramm NEM haben wir hier gesamt drin. Leider steht keine Effektbeschreibung drauf. Ich meine es waren aber Multicolor Sterne. Wir werden es gleich bei der Zündung sehen. Ich bin auch sehr gespannt drauf. Vorschießen hat sie komplett überzeugt. Preislich war sie auch in Ordnung, aber den Preis schreibe ich immer wieder in die Beschreibung. Also guckt da rein, weil ich auch nicht jeden Preis im Kopf habe. Aber soviel dazu. Wir sehen uns gleich bei der Zündung. Echt sehr schönes Teil. Langsam laufende Batterie, mal was anderes. Und schön knackige Zerleger. Top Teil, was Geicher da rausgebracht hat.